Hier ist auch nix. Hier habe ich auch schon alles abgegrast. Ne, da ist noch was. Da ist ein Dunkellicht. Zwei sogar. Oh, da sind noch zwei. Gut, wo ist der Ausgang? Den muss ich erstmal wieder selber suchen, was? Gefunden. Oh, ein Amethyste. Wo ist der Ausgang? Hier, aber da unten war noch Kopper. Ah, ich habe keine Zeit dafür. Das habe ich alles schon ausgeräubert hier. So, bis hier bin ich gekommen. Jetzt muss ich gucken, wo geht es weiter, wo geht es weiter? Ich sehe dich. Ah. Bestimmt da hinten. Über den Winter werde ich mein Werkzeug aufrüsten. Verdammt. Mann. 39. Komm, das schaffen wir aber. Was? Wo? Wer und warum? Ich habe den gar nicht gesehen. Yes, geschafft. Level 40. Eine Zwille. Du hast eine Zwille erhalten. Bis jetzt immer noch kein Zeichen vom unten. Wie tief geht es? Erreiche das... Boah. Ne. Boah. Bis... Boah. Wie tief geht die denn? Erstmal geht es hier raus. So, Kollege, sag mal hier, du. Ich habe eine Aufgabe erfüllt. Oh. Ach du Scheiße. Ah, also nur da war ich Silberschwert. Wie viel Schaden macht eigentlich... Ach, sehe ich jetzt natürlich nicht. Ganz toll. Holzhammer-Methode. Combat Boots. Wow. Kritische Treffer. Explosive Ammo. Fire... Ah. Aha. I buy the loot. Ah, vielleicht brauche ich es aber noch selber. Entschuldigung. Okay, hat ein bisschen was. Warte. 8 bis 15. 8 bis 15. 8 bis 14. 9 bis 17. Das lohnt sich alles noch nicht. Lohnt sich noch nicht, mein Freund. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Home. Sweet home. Tja. Wieder Lea nicht gefunden. Sag mal. Vielleicht ist morgen ja Erntezeit. Vielleicht habe ich Glück und es gibt nochmal ein Gewitter. Oh, das wäre natürlich was. So. Ja, jetzt mal kurz gucken hier. Marmelade macht immer noch. So. Das da rein. Das da rein. Das rein. Das rein. Das. 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 Nicht schlecht. Wie findet es Quarz? Ein Eisenbahn. Den kann ich morgen Leines bringen. Ich habe ja nochmal zwei Ohr. Aber ich brauche fünf, um einen herzustellen. Das ist heftig. Aber 360 Gold sind 360 Gold, würde ich mal sagen. Ja. 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 So, wie wird es Wetter morgen? Ja, noch mehr Regen. Ah, ist das herrlich. Gute Nacht. Summertime. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-summertime. Ah, gut ausgeschlafen. Gut ausgeruht. Hey, Mr. White. Alles gut bei dir? Regen, Regen. Oh, Moment. Melone. Melone. Es ist Erntezeit. Schalalala. Erntezeit. Alter. Alter. Ja, wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich es nicht. Boah. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Eine brauche ich für Demetrius. Ja. Pünktlich zum Monat... Monatsende. Geil. Äh, zum Jahresende. Oh, warte, war meistens auch fertig. Das muss noch. Die beiden müssen noch. So, jetzt lasse ich mich kurz überlegen. Iron Bar. Und Demetrius. Gut. Und Marmelade ist auch fertig. Der Hund braucht auch was. So. 52. Wow. So. Ähm. Ja. Ich überlege. Ich überlege. Verdammte Tat. Das ist eine Power-Melonie. Warte mal. So. Die eine kommt zur Seite. Das auch. Melonen. Melonen. Hopfen. Blaubeeren. Mais. Erdbeermarmelade. Boah. Heftig. Die lädt dich einmal komplett auf. Oh, das braucht drei Tage. Dann habe ich halt Marmelade im Herbst. So. Es ist 20 nach 8. Dann drehen wir mal unsere Runde. Wieso habe ich denn jetzt die Gießkarte dabei. Das ist ja nicht schlimm. Habe ich glaube ich die ganze Zeit. Mitten da rum, oder? Ja. Na gut. Ähm. Demetrius. You know. Na. Hau ab. Bis ich da bin. Es ist 9 Uhr. Das ist schön. La 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 la. Na 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 na. So. Es ist Freitag. Hallöchen. Ja, ich bin völlig durchnässt. Es ist eine Katastrophe da draußen, Mädel. Hey. Melone. Nein. Ja. Perfekt. Gerne. Ja, es ist sehr hart, dass sie nicht zu essen, weil die sieht echt Bombe aus, mein Freund. Ist da Geld für? Ja. Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Und sonst so? Ja. Wir sind sehr isoliert. Robin, wie geht's dir so? Ah. Der Regen hält mich nicht davon ab, meinen Job zu erledigen. Das ist eine super Einstellung. Obwohl durch Nestes Holz keinen Spaß macht, damit zu arbeiten. Na ja, ich weiß. Habe ich ein Geschenk für dich? Hier. Das ist sehr nett von dir. Ah. Ja. So bin ich. Ich bin halt ein Netten. What can I do for ya? Äh. Nee. Nee. Alter. Ich habe kein Hartmut. Ich habe ein Stück, glaube ich. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, nächstes Jahr. So. Wo ist Lea? Verdammte Tat. Ich wollte doch eigentlich in die Höhlen gehen. In die Mine. Du wolltest in die Mine. Na, was geht? Ist da eine Tochter da? Jo. Hi. Oh. Im Regen sieht das Tal viel interessanter aus. Ja. Das stimmt allerdings. Was könnte ich dir denn mal schenken noch? Äh. Nein. Äh. Äh. Ach komm. Versuchen wir es mal. Die hat doch so ein Faible für alles Essbare. Oh. Okay. Entschuldigung. Kam nicht gut an. Dann tschüss. Naja. Ich habe den Rucksack gesehen. Aber äh. Nein. Ich muss jetzt mal gucken. Wo ist denn meine Lea? Die habe ich schon drei Tage nicht gesehen. Mensch. Mädel. Ja. Ja. Jawohl. Hey. Na, wie geht's dir? Ja. Vielleicht sollte ich etwas kochen. Etwas Neues und Aufregendes. Heute. Ja. Etwas Würziges. Wie wäre es denn erstmal mit dem Salat? Hihihihi. Drei. Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. So. Es regnet. Ich muss nichts machen. Die Ernte ist eingefahren. 16800. Dann bin ich ja mal gespannt. Grüne Alge. Bam, 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 bam. Es ist Freitag. Es ist Freitag. Da treffen sich heute alle in der Kneipe, ne? Oh, Joja Cola. Dieses Wetter kann man hervorragend dazu nutzen, ein wenig Minenforschung zu betreiben. Aber erstmal müssen wir noch dem guten Linus, wo ist er, da oben, den Eisenbarren bringen. Boah, was ein Umweg. So. Hey Linus. Dankeschön. Ja, gern geschehen, mein Freund. Jetzt sind wir Kumpels, was? Besten Dank, mein Freund. Viel Spaß noch. Obwohl, warte mal. Ach, Alter, ich zerstöre doch nicht dein Zelt. Ey, ich bin gerade gekommen und... Machst du nix dran, du. Einmal schlechte Erfahrungen gemacht. So. Boah, schleimi. Stirb doch einfach. Kupfer... Toilz. Coole Musik. Dicke, dicke, ding. Eisenerz. Wunderbar. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das hier werden stärker hier unten, oder? Okay. Aha. Ah, dann komm her. Verdammt. So. Wo? Das frisst natürlich dann die meiste Zeit den Ausgang suchen. Steine kann man immer gebrauchen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ach Leute. Und äh. So, jetzt wird's nervig. So. 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 BÄÄÄÄM Man muss es ja wenigstens mal versucht haben, ne? Oh, die geben Kohle! Brennstoff! Oh, jetzt habe ich 2 Leitern! Ich nehme die, die schon da ist! Nein, ich töte erst die Fledermaus! Und habe jetzt 3 Leitern! Dann nehme ich dann, äh, doch die hier! Verdammt! Ich nehme die, die hier leitern! Ich nehme die, die hier leitern! 10 nach 10! Okay! 10 nach 10! Ach, Quatsch, du Depp! Tadaa! Level 45! So! Wieder ein äußerst produktiver Tag! Also, so eine Melone, die gibt dir einen ganz schönen Kick! Das ist der Hammer! Gut, jetzt habe ich die natürlich vergeudet, aber man muss ja alles einmal kurz ausprobiert haben! Aber Melonen-Saison ist zu Ende, der Sommer hat noch 2 Tage und wenn das morgen nochmal regnet, dann wäre das so cool! Hoppala! Entschuldigung! Oh! Ja, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich es aber auch nicht! Ach! Habe ich doch gar nicht mitgekriegt! Winterroot! Okay, das kann ich spenden! Forage! Das ist Ernte! Ich mache es. Gut,zun. Ich mache es so. Ja. Lalalalalala Lalalalalala Wetter Bitte, bitte, bitte Verdammt Gut, unsere Abenteuertage sind vorbei Jetzt heißt es wieder Schächten Transmute Fe, Eisen Was? Eisen verändern? Hä? Alter, leck mich fett Ich glaube, wir kommen gut in den Herbst Alter Boah Also wenn sich das nicht gelohnt hat, ne Dann weiß ich es aber auch nicht Ernte Ernte Ja Entschuldigung So macht es auch Spaß Wir ernten alles Mr. White Jung Na, wenn das kein effektiver Sommer war, ne Dann weiß ich es aber auch nicht So So Ja, ich sag da mal wunderbar. Vielleicht kommt ja nochmal was. Drei Tage Regen haben echt gut getan. Wir hatten auch Zeit ein bisschen was für uns zu machen. So. Herrlich. Und kohlestechnisch steigend ist es auch so, dass wir hier in der Kugel haben. Jetzt stehen wir auch erst mal ziemlich gut da, das ist schon mal hervorragend. So. Oh, ich freue mich gerade. Ich muss mal kurz was überlegen. Ich könnte jetzt. Oh, das dauert. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt. Ich hab ne ganz so. Ja, Marmelade, ne. Ne. Noch so ein Brennofen? Obwohl, ich brauch noch ein paar Kopperbachen, ne. Wenn ich mein ganzes Werkzeug aufrüsten will. Komm. 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 друзья Herr households. đến. Fuck. Und Human.